Nach der enttäuschenden letzten Saison, in der Borussia Mönchengladbach nur Platz 14 belegte, war eine umfassende Analyse notwendig. Sportdirektor Roland Wirkus und Trainer Gerardo Seohane haben die Schwächen der Mannschaft gründlich unter die Lupe genommen und sofort Maßnahmen ergriffen. Das Ergebnis dieser Analyse ist im Trainingslager am Tegernsee deutlich zu spüren. Es weht ein frischer Wind durch die Reihen der Fohlen. Auf dem Trainingsplatz ist eine neue Energie spürbar. Die Neuzugänge Tim Kleindienst, Kevin Stöger und Philipp Sander haben frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Wirkus betont, dass diese Spieler bewusst verpflichtet wurden, um die Mannschaft aufzurütteln und mehr Bissigkeit und Aggressivität zu integrieren. Wir hatten eine sehr ruhige Truppe. Es war wichtig, Spieler zu haben, die für mehr Stimmung und Energie sorgen. Das erwarten wir von den neuen Spielern, so Wirkus. Die Auswirkungen auf das Team sind bereits deutlich zu sehen. Die Spieler, die in der vergangenen Saison eher ruhig und zurückhaltend wirkten, zeigen jetzt mehr Engagement und Ehrgeiz. Wenn man Positivität um sich hat, ist das ansteckend, erklärt Wirkus. Es ist insgesamt lauter geworden. Die Jungs wollen sich beweisen und allen zeigen, dass sie mehr können als Platz 14. Diese neue Dynamik könnte der Schlüssel sein, um die Mannschaft aus ihrer Lethargie zu reißen und in der kommenden Saison bessere Ergebnisse zu erzielen. Auch in den Trainingsmethoden hat sich einiges geändert. In Rottach-Egern wird deutlich, dass viel in Gruppen gearbeitet wird, oft nach Positionen aufgeteilt. So übernehmen beispielsweise Toni Janschke die Abwehrspieler, Guido Streichspier die Mittelfeldspieler und Seohane selbst die Stürmer. Diese spezialisierte Herangehensweise soll es den Spielern ermöglichen, ihre individuellen Fähigkeiten zu verbessern und gezielt an ihren Schwächen zu arbeiten. Wirkus erklärt, der Trainer hat ein paar Sachen verändert. Es wird viel individualisiert im Training, in Gruppen gearbeitet, auch an Details. Im Detail arbeiten kann ja entscheidend sein. Diese Detailarbeit ist entscheidend, um die Spieler auf das höchste Niveau zu bringen und sicherzustellen, dass sie in der kommenden Saison ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Neu in der Mannschaft ist auch David Ziebung, der als zusätzliche Unterstützung für Seohane fungiert. Ziebung ist aktiv in jeder Trainingseinheit involviert und achtet darauf, dass alle Spieler ihr Bestes geben. Wenn ihm etwas auffällt, spricht er es direkt an, um sicherzustellen, dass keine Details übersehen werden. Wirkus betont die Wichtigkeit dieser neuen Rolle. Wenn ein Vertrauter dir etwas sagt, dann ist die Tür noch weiter auf, um etwas zu optimieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese neuen Ansätze in der kommenden Saison auf das Spiel der Borussia auswirken werden. Die Vorzeichen stehen jedoch gut, dass die Mannschaft in der Lage ist, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und mit neuem Schwung in die Saison zu starten. Was denkt ihr, liebe Fans? Wird sich diese neue Herangehensweise auszahlen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.